Äh, Tag Leute! Wie ihr am Titel seht, nur ein kleines Infovideo. Ich bin grad völlig unabhängig von irgendwelchen Let's Socks oder so, äh, Rainbow Six Vegas, nein doch, Rainbow Six Vegas 2 am Socken, ähm, einfach nur um irgendwas im Hintergrund zu haben, außer einer Bildergalerie. Und weil ich da jetzt Lust auf hatte. Äh, ich wollte nur kurz informieren, was das nächste Zwischenvideo, äh, das ist das kleine Projekt, was ich angeteasert habe, was ihr da erwarten könnt. Und zwar, ähm, Leute, ich hoffe, dass es nicht so laut ist. Ich hoffe, dass es nicht so laut ist, dass ihr mich versteht, weil hier hat er keine Zeit und keinen Ficker hier sind, um zu stellen, der wird er erstellen. Anyway, ähm, wer mich kennt, der weiß, der weiß, der weiß, dass mein Humor ziemlich weit reicht und teilweise total bekloppte random Scheiße ist und teilweise aber auch ganz subtile und staubtrockene Sachen, die eben fast gar keine Pumpe haben. Von Monty Python über, ich find alles mögliche hier an Scheißlustig. Türladung! Fuck, weil du das, das wollte ich nicht. Hm, hier geht's nicht. Jep, war tot. Auf jeden Fall. Ja, ihr ballert einfach mal. Gebt mal da rein. So, ähm, auf jeden Fall ist genau das, äh, der Punkt bei meinem nächsten Video, bei meinem nächsten Spiel. Denn ja, ich gebe zu, und das ist auch keine Sache, die ich, wo ich mich für schämen muss, finde ich, aber vielleicht wird der ein oder andere das sagen oder denken, wenn er sich so, äh, du kennst das doch nur durch, hm, hm, hm. Ja, ich kenn noch hier einen großen, großen YouTuber erst dieses Spiel und ich wäre sonst riesig auf Aufmerksam geworden. Und ja, im Endeffekt ist es eine Kopie, weil ich das nachmache, aber ich versuche ein eigenes, ähm, ich mache natürlich ein eigenes Spiel und werde nie versuchen, das auf die Art nachzumachen. Ich habe hier noch nie versucht, anderen YouTuber nachzumachen in meinen Videos. Und besagtes Game ist halt einfach nur reine Comedy. Ich würde das, dieses Intro hier labern, während ich mit dem Menü vom Spiel bin, aber das ist kein großes oder wichtiges Spiel. Darum hat es schlichtweg kein Menü. Geht direkt los. Darüber kann man halt, äh, nicht labern, weil es wichtig ist, was da passiert, von der Story her und so weiter. Ist hier niemand mehr? Ja, also was ihr erwarten könnt, ist kein tolles oder großes Gameplay, kein allzu langes Video. Aber es geht wirklich nur darum, dass ich diesen total behinderten, bescheuerten, scheiß Humor... Besorgen für gerade den Plan des Lagerhauses. Ach, okay. Einfach Feuer. Weil das so herrlich bekloppt so over the top übertrieben ist wie Sau. Leute, die jetzt wirklich in letzter Zeit mit mir gechattet haben, könnten eine Ahnung hören, was ich meine. Weil es wirklich genau eben das ist, worüber ich in letzter Zeit weh gelacht habe, weil es so dumm, weil es so too much ist. Ähm, ja. Ja, also, er wartet kein gutes Spiel. Wenn du den Humor möchtest, gut. Wenn nicht, dann nicht. Ich werde das Spiel größtenteils selber sprechen lassen und nicht viel sagen. Ich muss den Sound von dem Spiel runterdrehen, auch 30% im Windows Media Mixer, also Windows Mixer einfach nur, Ton Mixer da. Weil sonst war es viel zu pezelnhaft, weil das eben auch einen Effekt gespielt hat, der einfach zugehört. Und, ja, don't judge me, die Pflicht ist dem herrlich, der ist herrlich, der ist scheiße und behindert und ich weiß, dass es viel Hate, äh, frage ich euch schon den meisten an Verdenken auf der Rückseite einzudringen. Man muss auch ein Teil dieser Subkultur sein, im Endeffekt, um das, ah, um das zu checken. Gut, ich fang ihm noch ein bisschen rum und, ja, das nächste oder übernächste Video, entweder nach der sechsten Episode von Global Ops oder nach dem Rücken, also direkt das nächste Video. Und wird dann wohl dieses ein oder zwei Video umfassende Zwischending sein, wo ich einfach nur ziemlich Bullshit mache, wo ich einfach nur, ähm, Headshots gebe und diesen totalen Overkill-Wahn feiern. Ach ja, wenn ihr Epilepsy habt, solltet ihr es nicht angucken oder auch nur anhören. Äh, das geht vermutlich für die meisten Spiele, aber da ganz, ganz, ganz besonders. Und auf YouTube sieht es vermutlich wegen Sharing und alles scheiße aus. Tearing, nehm ich. Der Teore. Fuck, Mann, Aussprache. Ähm, aber da kann ich nichts machen. Bye, bye.